schöne grüße von der playa de palma heute ist dienstag der 18 april und wir machen einen kleinen spaziergang hier an der playa de palma ja aktuell ist ja mal bewölkt mal kommt die sonne raus bei rund 19 bis 20 grad solange der wind nicht weht sind auch recht angenehm aber sobald der wind wieder ordentlich pfeift dann ein kleines bisschen frisch schauen wir mal was hier los ist aktuell ja wir haben zwei tage vor dem opening vom bierkönig generell ist die playa doch sehr übersichtlich merkt man auch in den läden mega park und bierkönig oberbayern sind aktuell nicht ganz so voll wie man das im sommer hat auch wenn mich die grausere natürlich vorgestern wieder die hütte voll gemacht hat aber das ist halt mickey bei mickey kommen halt alle aus ihren löchern aber jetzt müssen wir noch zwei tage überbrücken und dann geht's los mit dem bierkönig opening vier tage lang und danach die woche am 27 april beginnt dann das opening vom mega park der hat aber gut ja der strand ist immer noch nicht komplett sauber gemacht immer noch einiges an rest dreck der ist aber heute schlecht gelaunt der hund ja 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 die sind auch am bellen was ist denn los hier sorry für meine angeschlagene stimme ich bin scheinbar ein bisschen heißer mittlerweile geworden ich sollte wohl nicht so viel quatschen nicht so viel nicht so viel Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020